Er hat ihn fotografiert. Er hat ihn fotografiert. Er hat ihn fotografiert. Oh, Kacke. Naja, dann soll er mal sehen, wer damit klarkommt, ständig angestarrt zu werden. Hm, ich verziehe mich jetzt zu meinen Katzen und rauche eine schöne, lange Zigarre. Hallo, mein Name ist Thilo Schmitz und ich bin die deutsche Stimme von Ron Perlman in Sons of Anarchy als Clay oder, wie gerade gehört, als Hellboy. Des Weiteren synchronisiere ich Wien Rames, zu hören in Pulp Fiction oder Mission Impossible. Des Weiteren synchronisiere ich G-Mac Brides in Pushing Daisies oder Hawaii Five-O. Und ich habe die große Ehre, auch Figuren für die Kleinen zu Hause zu synchronisieren. Zum Beispiel den lieben Esel I.A. Hallo, ich habe wieder mal meinen Schwanz verloren und kann ihn nirgends finden. Na, typisch. Oder zum Beispiel Cater Carlo, der kleine Gegenspieler von Mickey Maus. Hey, hey, ha, 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 ha. Hey, bleib mal stehen. Ich suche Mickey, das kleine Schlappohr. Er schuldet mir noch eine ganze Menge Mäuse. Ja, ha, 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 ha. Oder Yosemite Sam, der kleine cholerische Rotbart von Bugs Bunny. Hallo, hey, wo ist dieser mottenzerfressene Bettvorleger? Ich will ihn umbringen. Ich werde ihn kochen, kneten, backen. Er hat mein Auto kaputtgefahren. Ihr Zahre. Tja, und da hänge ich nun. Bisschen blass. Das kommt aber, weil wenig Sonne im Studio scheint. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Ausstellung und viel Spaß mit meinen lieben und tollen Kollegen um mich herum. Tschüss.